Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxa. Das ist wenn ich hier hochgehe und etwa so tue und dann von da oben rüber springe auf die andere Seite. Ach guck mal hier hab ich noch was liegen. Oh das bräuchte ich jetzt aber nicht aufnehmen, ja in etwa so ne. So. Und die Stromleitung hier rein. Okay, ja gut, Verpfeiflung start, keine Frage, kann man da rüber springen? Da ist da auch ein Weg, ne? Hä? Da muss man ein Fernglas, ja ja, ist ja gut, ich weiß. So. Da, da ist ein Weg. Okay, ich bin zumindest drüben. Tatsächlich. Ja, ob das jetzt so gedacht war? Keine Ahnung. Ist egal, ich bin drüben. Ich denke mal, ich hab jetzt hier irgendwie einen Schnitz eingebaut. Im Endeffekt bin ich jetzt hier so ein bisschen rumgeeiert und hab einfach nur, ja, den weiteren Wegeverlauf gesucht. Mal kurz gucken. Okay, okay. Oder muss ich da oben drauf? Ist mir eigentlich sympathischer, ne? Okay. Okay, da wollte ich zwar nicht hin, aber ist auch okay. Okay, da muss ich da oben drauf schauen. Ja, die Spannung steigt natürlich, keine Frage. Ja, die Spannung steigt. Ja, ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen verwirrt und habe keine Ahnung, was das hier alles zu bedeuten hat. Okay, so einfach geht das nicht. Äh, hallo? So. Überall Strom. Ah, das ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ja. Ah, hier geht es schon mal runter. So, dann machen wir das mal. Ja. Mach mal ein Schränkchen auch noch auf. Weil wenn, dann nehmen wir alles mit. Ah ja, ein kleiner Flachmann, ne? Kann ich mal gebrauchen. Noch mehr zum Einsammeln. Ja, okay. Ups. So, komm, wir sind im Moment im Leben, wo man wir abspeichern sollte. Was sagt man Energie? Das geben wir mal, ne? So, damit das bisschen flüssiger läuft. Zack. Ah ja, geht doch. Warte mal sofort einsammeln. Gucken wir erstmal, was hier los ist, ne? Ah, da liegt auch noch was. Was haben wir hier? Interessant. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich mal hier hinunter. Ups. Okay. Ja, das ist noch was. Herrlich. Ah ja, da gucken wir erstmal nach, ob da etwas Tolles versteckt ist. Was haben wir hier noch? Okay. Und noch so ein Terminal. Gut. Dann kann ich ja mal Rad drehen. Nein, da komme ich vielleicht wieder hoch. Bzw. Bzw. Vielleicht sogar in drei Rädern. Gucken wir erstmal das große Rad hier. Oh, 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 oh. Laras verliert Energie. Oh, oh. Ich versuche mal hier direkt hochzuspringen. Puh, Glück gehabt würde ich sagen. Komm, komm. Oh, 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 oh. Da komm Lara. Na, war klar. Oh. 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 ich da jetzt hoch. Ah so, da noch ein Schrank. Ja okay. Pfeile sind immer gut. So, irgendwo konnte man noch so einen Kamin hoch. Wo war das hier? Ah, da sind wir diese geheimen Zeichen. Ja, seht ihr? Und hier kann man auch rüber, ne? Ich springe einfach mal rüber. Kann man hier rein? Ja okay, bringt das nicht so viel. Wo war das denn mit dem Kamin? Ist das nicht hier? Ja doch hier. Wie komme ich da jetzt hoch? Ah, vielleicht so? Äh, so vielleicht. Ja, geht doch. Okay, wo bin ich hier? Ja, hier sind wieder diese kleinen Räder. Ich glaube, die kann ich nicht betätigen, ne? Kann ich dagegen schießen? Okay. Okay, das kann man auch noch einsammeln. Das ist wie nur die gute Frage, wie geht es weiter? Bestimmt einfach nur geradeaus. Sieht ein bisschen weit aus, ne? Dann machen wir mal diesen Mega-Jump. Ja, boah! Wer schießt auf mich? Wer hat jetzt auf mich geschossen? Da, da ist er. Bleibt noch einen Schritt vor? Oh, hab ich ihn jetzt nicht erwischt, dann weiß ich aber auch nicht. Fahrst das? Ach nee, jetzt ist er nur ein bisschen böse geworden und läuft rum, ne? Ja, wo ist er denn? Okay, okay, okay. Hast ja gewonnen. Ja, wo ist er denn? 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 Okay. So, Freunde. Das kann ja nicht sein, dass ich hier gar nicht weiterkomme. Ich versuche einfach mal jetzt hier, an der Stelle hier zurück zu springen. Bestimmt ist das auch so geworden. Na, also, geht doch. Ha! Okay, dann gehen wir halt eben wieder hoch. Oh, ich sehe gerade, hier blinkt etwas. Ja, dann werden wir das erstmal einsammeln. Bei gewisser Munition kann man immer gebrauchen. Sieht hier auch noch was? Ja, aber nicht zum einsammeln. Dann gehen wir mal wieder nach oben, würde ich sagen. So. So. Wie war das nochmal? Einfach hier rüber zu springen? So. Wie war das nochmal? Einfach hier rüber zu springen? In welchen Gründen das nicht funktioniert? In welchen Gründen das nicht funktioniert? Aha! Okay, okay. Ich bin schon mal drüben. Ich bin schon mal drüben. Was hast du jetzt gebracht? Erstmal nicht viel. Ach, da sind auch Stangen, sehe ich gerade. Ich habe gerade gar nicht gesehen. Okay. Das wäre wohl der offizielle Weg. Aber ging ja schon mal auch so. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Ups, hast du da. Wo kommst du denn her? Schau mal, bin ich hier richtig? So wie ich hier begrüßt werde. Ups. Ich wollte eigentlich auf die Condainer. Ups. 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 Minipuck. Herrlich. Don't believe. Ich glaube so langsam gar nichts mehr hier. Das ist wohl wahr. Ich habe so die Befürchtung, die Runde muss ich gleich nochmal machen und alle Schalter hier betätigen. Hier wäre auch noch einer. Aber noch sind die ja wohl verschlossen. Was haben wir hier noch Schönes? Kann man hier hoch? Ja. Dann machen wir das mal. Up we go. Hier liegt natürlich nichts. Soll es auch anders sein. Jetzt könnte ich da wieder zurückspringen, aber das muss ich ja in dem Sinne nicht weiter. Kann ich da drauf springen? Was habe ich davon? Jede Menge. Das könnte ich ja mal ausprobieren. Bleib stehen. Bleib stehen. Aha. Was haben wir denn da? Den Universal-Schalter? Ah ne. Keine Ahnung. Was ich machen muss. Wollt zunehmen. Oh, Lara kann in der Luft stehen. Cool. Lara kann in der Luft stehen. Okay. Ich habe 15 Sekunden Zeit. Um irgendetwas zu machen. Das Laufmädchen. Vielleicht könnte ich ja hier das Türchen öffnen. Ne. Sieht nicht so aus, ne. Ah. Drück. 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 Lara, drück. Aber das war es wohl auch nicht. Ich muss hier hin. Ah, hier ist noch ein Schalter. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Ja, okay. Ne. Also ich vermute mal. Ich muss wieder hier hoch. Machen wir das mal eben. Ha! Hey, was ist jetzt los? Ich bin nur durchs Feuer gerannt. There it is. We've got to get down now. There it is. Genau. Hast du gut formuliert. Na komm. Hebe es auf. Nicht possible. Oh, schade. Oder? Ja, doch. Es funktioniert. Oh. Das sieht hoch aus. Diesmal habe ich die Stange entdeckt. Aus dem Stand oder mit Anlauf? Was meint ihr? So. Wir springen einfach mal. Mal gucken, was passiert. Gut. Das hat schon mal funktioniert. Ja. Versuchen wir mal so. Was da unten ist. Das sieht hoch aus, ne? Egal. Au. Okay. Doch einfach nicht sehr hoch. Also muss die Lösung ja irgendwie hier sein. Ich muss ja irgendwie hochkommen. Da kann man ja sagen, was er will. Bin jetzt einfach nur zu dämlich dafür. Die will da nicht hingreifen. Warum auch immer. Muss doch von hier springen. Das habe ich da auch schon ausprobiert. Aha. Millimeterpixel genau. Okay. Ich habe verstanden. Jetzt hänge ich hier fest. Kann mein Joe sich nicht mehr bewegen. Jetzt komme ich trotzdem nicht hier hoch. Lara? Äh. Ist jetzt hier ein Bug? Okay. Aus irgendwelchen Gründen will sie nicht hoch. Ich kann auch nicht um die Ecke. Kann ich loslassen? Ja, immer. Ich kann loslassen.